Fröhliche Weihnachten an euch meine lieben Leute! Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber leider muss ich auch immer wieder wo er sei okay bis dann gerade ich habe gerade überhaupt nichts weil alle durcheinander reden was was willst du ich bin nicht in der hölle ich bin meinem eigenen ich bin in meinem keller und ich habe es eher was ist der kurbel in kürmler kürmler kattenkürmler kurmler kürmler 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 kurbel katze wir sind damit meinem haus gerade knusper knusper knäuschen wer ist in meinem häuschen das kann doch nur der kurm da sein der kommt da einfach zur tür herein ach ein hopper wie schön hopper weiter was machst du denn da es ist gar nicht ob das so richtig ist wie ich das jetzt hier machen das nämlich lange nicht mehr gemacht so warzenfelder was berry fields for ever ich habe eine warze ich habe sogar zwei manche leute haben sogar mehr als drei wenn du welche an den fingern hat im gesicht und an der lippe so wie claudia rot zum beispiel hat was ich habe jetzt auch zwei warzen ja hast du dir welche geklaut hier oder was ich bin zwei waren ach warte mal bleib doch mal drin mach das noch mal geil warte warte näher ankommen kommen wir jetzt da so daraus mache ich irgendeinen screenshot das wird so geil der kittenkommler schleicht durch die warzen das ist das aus warte mal das würde ich eigentlich sehen ja jetzt habe ich meine der kirche die schlechte durch die warzen die schlechte die warzen sind so gut ich habe mich ja sogar noch schön getan hier mit den zwei händen hua und jetzt brauche ich noch einen komposter gut so tolle sachen ich baue da mal den weg weiter würde ich sagen ja wenn du das denn willst kommt noch ein komposter das ist nämlich meine kompostierungsanlage liebe leiter von heute ich habe ein komposter ich weiß jetzt nicht was ich darauf rein was reimt sich auf komposter was reimt sich schon auf komposter jody foster ich packe jody foster rein in mein komposter das ist gut ja nein plastik darf dann da wäre madonna schlimmer hast du die schon mal in letzter zeit gesehen alter die schnauze die visage ich schau mal in ähm madonna halt so zaaack ach du ma scheiße ja das kann man so sagen ähm 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 schaut euch das mal an warte es ist ist lädt gerade es lebt leite ah hilfe warte das muss ich mir angucken sieht das wieviel aus äh ich hab hier nämlich gerade das nicht offen ja genau das bild das meinte ich das bild meinte ich genau dieses bild meinte ich ja 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 deswegen also ähm madonna nicht in den komposter packen äh das gibt ärger das gibt ärger es gibt ärger mit umweltschutz digger aber umweltschutz das gibt's auch wahnsinn hat der echt schon die ganze linie hierher das ist ja krass das der honk ist ein macher wirklich respekt respekt und ich hab den fett ich hab den fett die fetteste kompostierungsanlage die ich jemals hatte ja so dieser weg wird jetzt noch optimiert dieser weg ich hab den fetteste ich hab den fetteste und er wird nicht steinig und schwer ja mit sicherheit wird er steinig und schwer da kannst du aber mal drauf wetten da kannst du dir ein da kannst du dir ein ei draufpacken digga so ich habe schon wieder so viel bodenmehl und beim komposter hier macht gerade so richtig arbeit ich habe einen doppel komposter eine doppelte automatisch kompostierungsanlage den hast du doppelt gemobbelt habe ich jetzt schon die rüstung eingeschmolzen und das goldschwert ja viel spaß dabei viel spaß mit dem gast wie war das doch also was er will nur nicht dass ich das erzähle was ich erzähle dass nämlich das in das in polen das war keine rakete schon mal an creeper gedacht beim wegen russische rakete das war ein creeper und und genau und genauso ist das auch mit den dings mit den drohenden und in der ukraine ich glaube ganz einfach putin hat einen friedensvertrag mit dem kundbereich geschlossen und jedes morgen wenn die ukraine aufwacht stehen die creeper vor der tür wir als minecrafter kennen das ach ja übrigens ich kenne nur minecrafter ich bin da ein bisschen am züfteln wenn du einen verzauberungsraum übrigens haben willst irgendwann mal und dir fehlen bücher ich habe massen davon ah danke weil ich bin gerade am anbauen nämlich für meine für meinen zauberraum bin ich gerade anbauen für bücher die und ich habe dich nämlich noch nie verzaubern gesehen wenn du irgendwann wenn du beratung brauchst mit in dem bereich sagt bescheid ich helfe gern du sprichst mit einem systemoptimierer ich bin ich bin inzwischen einigermaßen gut in diesem verzauberungsbusiness also wieder dunkel ich kann mich noch daran erinnern wann habe ich das erste mal verzaubert ich glaube in folge 800 noch was irgendwann ist das erste mal während meiner gesamten minecraft karriere in anführungsstrichen ich weiß noch da gab es einen gewissen minecraft berater will ich ihn jetzt mal netter weise nennen dass ich darüber aufgeregt hat der hat doch nie verzaubert spiel seit 2015 herr kinden kommen dass sie wissen will ich meine aber ich hatte schon mal verzaubert ja aber selten ja ja das bist du ja ein paar folgen schon vorgekommen dass ich mal was verzaubert habe oder so also ich habe bisher kann man sich schon länger er jetzt aber ist auch egal jeder fängt irgendwann mal an ich habe zum beispiel noch nie ein trank gebraut das will ich hier jetzt auf jeden fall hinbekommen irgendwann mal irgendwann mal sehen was daraus wird ja sagen ihr müsst das auch mal laut sagen ich kann nicht immer auf z8 würde ich habe da kein stress ich habe da kein stress okay 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 das ist hier ein bisschen zu tun kommt auch noch schwein bist du beim bunt ein bisschen achten das schwein geht auf die skinnette das ist doch nett und das gelächter stürzt sich dafür freiwillig in die lava das sah geil aus das gelächter stürzt das gelächter und direkt in die lava rein aber nicht so ein blocken lang sondern ich glaube vier blöcke lang und dann rein in die lava da geht es dann wieder mister lava lava schwein das hier ab dem dach schild also ich glaube ihre ist doch nicht so sicher wie wir alle dachten und da können trotzdem noch schweine auf dem dach sparen ja wenn die auf dem dach schon auf dem dach schon weil die nämlich nicht an der untersten kante angebracht sind aber das ist auch egal das soll ja auch zugemacht werden da kommen wir an der seite fenster ok dann stürzen diese hier runter aha da kommt der kopf 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 so soll es die hier schon weiter soll ja er ist weitergekommen geht es denn schon bist du bist so fest nein noch nicht geht es denn um armbrüste ich muss noch einmal kurz hier ich komme auch gleich wieder in meter und machen mit hier waren mehr wie sie da vorhin wer hat hier schon wieder hühner geklaut die leute das gibt es nicht ja es ist schlecht denn ich brauche meine pfeile ich bin fellows auch Ach, jetzt habe ich da 16 Stück. Okay. Solltest du sie vielleicht mal füttern, dann kriege ich noch mehr Hühner. Aber das hilft mir natürlich nichts, wenn hier ein Hühnerzug unterwegs ist. Hä? Aber das können wir gerne den anderen gleich mal zeigen, letztes Mal. Oder beziehungsweise kannst du das machen. Es hat etwas Premiere jetzt bei mir. Aha. Trinkst du wieder Wissen? Nö. Und zwar baue ich jetzt ein Dach. Ach. Hattest du das nicht schon mal gemacht? Ich habe das jedenfalls mal gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wann es war. Hatte ich das etwa? Das letzte Dach war in einem bisschen anderen Projekt, sage ich mal. Ah, genau, ich weiß es nicht. Ja, genau, stimmt. Ja, genau, ja. Warum gibt es das Projekt eigentlich nicht mehr? Da war ja was, ja. Ich frage lieber nicht. Ich frage nicht. Ja, ich will einfach besser so. Da gibt es so gewisse religiöse Präferenzen. Hä? Hä? Ach, willkommen bei der Sektion, oder wie? Ja, das zum Beispiel, ja. ZB. Nicht wie BZ, wie Berliner Zeitung. So, ähm, warum habe ich denn schon wieder Eier? Ich bin doch gerade erst kastriert worden, meine Güte. Geh mal da rein. Das denke ich mir auch gerade genau. Geh mal da rein. Okay. Okay, wenn du Schlampe jetzt einfach sterben willst, dann, zack, nimm das. Jetzt habe ich wieder Hühnerfleisch auf Tasche. Habt totes Huhn auf Tasche. In meiner Tasche vergammelt ein Huhn. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Nicht tun. Ja, genau. Ich habe bald genügend Knochen für einen Boner. Ah, ja, wunderbar. Also, ähm, ich will ja einen... Ach, nee, das verrate ich hier nicht. Ich verrate das hier einfach mal nicht. Hab da was vor. Ich habe da was vor, was ganz Besonderes. Da werden sich die Leute von heute Tiere stürmen. Warte. Wie heißt es? Weil ich habe mir dasselbe gedacht, deswegen mein Klavierprojekt, sage ich mal. Ja. Theme of Alien Reprise, so heißt es ja genau richtig. Reprise. Ja, da arbeite ich jetzt eigentlich mal fast jeden Tag dran, wenn es irgendwie geht. Also, ja, ja, wird es. Also, ich kann dir auch sagen, es ist inzwischen, also ich bin inzwischen mir nahezu 100% sicher, falls es mich nicht zerlegt, dass das Wilma Poppenalbum vor Weihnachten noch kommt. Ja. Geil. So, äh, meine Milchdrinkpause ist wieder angesagt, ihr lieben Leute! Da, ja, ja, ja. Von, halt, da! So ist es. Dann sage ich danke an mein Publikum und wir drei sehen uns, oder vier in dem Fall, sehen uns dann nachher wieder. Ja. Ich sage einmal, Game Over, ciao! Ja, wie viel Uhr ist es denn eigentlich? Es ist 10.09. Also, ich will jetzt auch nicht mehr stundenlang weitermachen. Da wollte ich dich gerade fragen, wie lange willst du noch? Also, also, wollen wahrscheinlich halbe Stunde auf jeden Fall. Ja, wollt schon, aber... Wollen länger als können, würde ich sagen, ja. Ja, genau so ist es eigentlich jedes Mal, und so ist es auch dieses Mal. Und deswegen, also, ich glaube, eine halbe Stunde ist es auf jeden Fall noch, aber für mehr kann ich mich nicht beinertieren. Also, halbe Stunde. Ja, ich bleib noch ein bisschen. Ja, nö, also, der Niko könnte auch noch länger bleiben. Leider. Ne, leider. Ich muss es ja leider so sagen. Es ist Klausurzeit aktuell, und da... Du brauchst dich ja gar nicht, du brauchst dich für nichts zu entschuldigen. Ach, der Kackenfosch ist wieder da. Also, ich komme dann gleich wieder. Bis dann. Ja, bis dann. Ja, Leidy. Hallo, da baut ja auch gerade wer, ne? Ja, ja, und der Kackenfosch ist wieder... Ich habe immer gewonnen. am...am...am...am...are...am...am...ek�ieren. Exkalieren, was? Ich bin auch einfach zu laut, T prüfen. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist doch was nicht in Ordnung. Ähm, doch, das ist ganz... Ui. Hahaha. Diese kleine Scheißkacke. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ui. Ich weiß nicht, wer der Vogel herkam gerade. Soll ich dir Unterschützung geben? Nö, der quiekt hier nur die ganze Zeit rum. Okay. Wahrscheinlich kam der aus der Lava. Aus der Lava. Der aus der Lava kam. Okay, pass mal auf, dann machen wir es so. Es ist ja so, dass mal hier immer bekommt ja noch der Diarrhoe-Golem hin. Der Dünnpfiff-Golem. Der auch aus der Lava kam. Aus der Stuhl-Lava. Ja, machen wir. Lalalala. Ah, das wird ein richtig cooler Gang. Das war, haben wir jetzt in Rekordzeit hier hochgezogen. Ja, also, das ist schon wirklich, wir können einigermaßen stolz auf uns sein. Sie waren relativ reibungslos bis auf ein paar Gemetzel natürlich, aber Ja, natürlich. Aber was wäre das Leben ohne diese? Ja, ja, natürlich. Einfach nur freundlich und fröhlich und ekelhaft süß. Und das mögen wir doch nicht. So. Kommt natürlich noch wann, aber so grundsätzlich alles sweet und alles mögliche. früde, freude, Eierkuchen. Ja, natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017